Hallo, die Katar aus dem wunderschönen Thailand. On the way with the Motorbike. Es ist 9 Uhr abends. Wir wollten jetzt eigentlich ins Hilton, in den Rooftop gehen. Und zack, war zu Lockdown. Es gibt keine Chance. Es gibt keine Looftop in Hilton. Es gibt keine Looftop. Hallo, die Katar. On the way with the Motorbike. Oh, meinst du Motorbike? Nummer 1. Nummer 1. Ja. Moin. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Jetzt war hier den Looftop. Aber ja, zuhört, fahren wir zum Siamat Siamat. Schauen wir mal, ob wir den Looftop offen haben. Ja, hier oben haben wir den Kielzeugkalen. Ja, wir haben den Kielzeugkalen festgesetzt. Ja, das ist ja nicht so, dass wir hier aufhören. Das ist ja nicht so, dass wir hier aufhören. Ich denke, Sie haben jetzt hier aufhören, oder? Ja, das ist ja nicht so. Ich weiß nicht. Ja, aufhören. Sie haben jetzt hier ein Hotel. Okay, ich muss aufhören. Ja, ich muss aufhören. Okay? Okay. Okay? Okay. Wait, ich muss aufhören. Ich muss aufhören, ob es aufhören. Soll man, checken auf, ob da der Looftop offen ist. Hallo, war die Kahn? Ja, willkommen zurück. Ist der Looftop offen? Ja, ist offen. Okay, okay, okay. Wie lange ist der Looftop offen? Looftop ist offen. Ist gut. Gegenüber vom Zentralen Marina, eine Einkaufshende. Das ist mein Handy. Das ist mein Handy. Das ist mein Handy. Ja, das ist mein Handy. Ja, das ist mein Handy. Saison. Okay, gehen wir mal hin. Sie haben jetzt hier ein Hotel, ein Boutique Hotel. Ja, okay. Check, check. Ja, okay. Check, check. Ja, okay. Check, check. How are you, sir? Ja, da habe ich ja Zeit lang gelebt in diesem Hotel, recht lange sogar, bis ich mich dann entschlossen habe, dann doch eine Wohnung anzumieten, weil es im Endeffekt dann doch günstiger ist. Das ist mein Handy. P-boy. P-boy. Wow. P-boy, eine P-girl. Also P-boy. Hallo, hallo. 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 Hallo, hallo. Hallo, deutsche Gemeinde. Fernggemeinde. Wow, wow, wow. Supermodel. 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 Okay. und dann zeig ich euch das mal, was im Siamat Siam ausschaut. Hallo, 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 komm, wie lang, okay, komm, hollo, hallo, 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 independently, Ja, der Elevator beim Aufzug. Check, check. Check, Tina. Ja, okay. Leo, Leo. Ist aber. Tina, na komm. Manchmal schläft man, das ist unerschönig. Man kann hier, Tina. Ja, okay. Oh, wett. Ja. Wett, wett. Dann sit hier, na. Okay. Eating, na. Vorher. Hier regnet, na. Malin. 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 Sky Bar Okay, noch die Zähne. Wie lange? Ich denke, es wird Okay Es wird geregnet, oder? Okay, für dich Für dich Whisky Whisky Black Label Okay 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 So sehen meine Schlitz Augen aus Ich habe ein bisschen Probleme mit den Augen Die sind eigentlich meistens irgendwie entzündet Das kommt von dieser Operation, die ich hatte Deswegen nicht wundern, wenn ich meistens eine Brille trage Da sind extrem sonnenempfindlich meine Augen Und haben sicher schon viele geschrieben Wieso trägst du immer so eine blöde Sonnenbrille oder was? Das ist krankheitsbedingt Hier Schlaumeier Okay Ja, das war's Und jetzt warten wir auf unser Essen Und genießen den Abend Und haben es einfach Sehr schön hier Sogar wieder ein Strahler auf der Walking Mach ich jetzt aber schon lange nicht mehr Ich weiß nicht, was da überhaupt Gefallen hat Das war einer von meinen Lieblingsplätzen Da kann man einfach gechillt sitzen Und fertig aus Ja 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 Genau Am Centre Point Hat Hotels wieder offen Und Rooftop auch offen Vielleicht gehen wir da morgen mal hin Ich war heute ja erstaunt Dass Hilton Rooftop zu ist Und ich glaube das lohnt sich nicht Weil wir haben das Hotel nicht offen Und dann Centre Also auch so ein Fünf-Sterne-Hotel Sehr schön Das hat jetzt Sieht man da sind schon wieder Ein paar Zimmerchen gebucht Den Tieren tut sich's wahrscheinlich nicht Aber Rooftop ist auch ganz toll Kann man gut essen dort Ja Dritte Weltplan Thailand Hoffentlich auch schon Aber nicht in den Großstädten da Oh My new card My new card